Sternengeschichten Folge 335 Gamma-Astronomie Gamma-Strahlung klingt gefährlich und nach Radioaktivität. Und genau von dort kommt dieser Begriff auch. Im Jahr 1900 hat der französische Chemiker Paul Villar die kurz zuvor von Henry Becquerel entdeckten seltsamen Eigenschaften bestimmter chemischer Elemente untersucht. Diese Elemente haben eine Art von Teilchenstrahlung abgegeben, von der ich schon in Folge 126 der Sternengeschichten erzählt habe. Diese Radioaktivität, die hat Villar untersucht und festgestellt, dass er die radioaktive Strahlung durch ein Magnetfeld ablenken kann, dabei aber ein sehr hochenergetischer Anteil übrig bleibt, den man nicht ablenken kann. Und dieser Teil wurde später vom neuseeländischen Physiker Ernest Rutherford als Gamma-Strahlung bezeichnet. Wenn ein radioaktiver Atomkern zerfällt, dann kann er drei Arten von Strahlung abgeben. Die Alpha-Strahlung besteht dabei quasi aus Bruchstücken des Atomkerns, genauer gesagt aus zwei Protonen und zwei Neutronen, die miteinander verbunden sind. Auch die Beta-Strahlung ist Strahlung, die aus Teilchen besteht, in diesem Fall sind es Elektronen. Die von Villar entdeckte Gammastrahlung dagegen, die besteht nicht aus Teilchen. Die Gammastrahlung ist Licht, aber sehr hochenergetisches Licht, also Licht mit ganz kurzen Wellenlängen. Die Gammastrahlung entsteht, wenn der Kern des Atoms, das gerade zerfallen ist, noch ein bisschen mehr Energie besitzt, als er eigentlich haben sollte. Vereinfacht kann man sich das so vorstellen, dass der Kern nach dem Zerfall angeregt ist, also quasi noch ein bisschen schwingt und wackelt. Diese Energie, die muss er abgeben und das tut er in Form von sehr energiereichen Lichtteilchen. Deswegen ist die Gammastrahlung auch das, was Radioaktivität so gefährlich macht. Die schweren Teilchen der Alpha-Strahlung, die kann man sehr leicht blockieren. Da reicht schon ein Stück Papier als Abschirmung. Bei der Beta-Strahlung ist es ein bisschen schwerer, aber mit einem Stück Aluminiumblech von ein paar Millimetern Dicke ist man zum Beispiel schon sehr gut geschützt. Die Gammastrahlung, der ist das aber alles komplett egal. Die geht überall durch und das ist genau die Art von Strahlung, wegen der man sich beim Hantieren mit radioaktiven Materialien mit dicken Schichten aus Blei schützen muss. Es soll heute aber nicht um Radioaktivität oder Strahlenschutz gehen, auch nicht um die vielfältigen medizinischen Anwendungen von Gammastrahlung, sondern um die Gamma-Astronomie. In den Jahrzehnten nach ihrer Entdeckung haben die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen immer besser verstanden, wie Radioaktivität funktioniert. Mit der Quantenmechanik konnte man erklären, welche Vorgänge dabei ablaufen und gleichzeitig hat man auch viel besser verstanden, was da am Himmel und im Inneren von Sternen vor sich geht. Man hat festgestellt, dass auch dort sehr viele nukleare Kernreaktionen und radioaktive Prozesse ablaufen. Prozesse, bei denen ebenfalls Gammastrahlung freigesetzt wird. Es sollte also überall im Universum Gammastrahlung geben und die astronomische Beobachtung dieser Strahlung, die sollte uns einen ganz neuen Blick auf den Kosmos erlauben. Nur wie macht man das? Die Atmosphäre der Erde ist zwar nicht so dicht wie Blei, aber dafür doch ausgedehnt genug, um einen guten Schutz gegen die radioaktive Strahlung aus dem All zu bieten. Das ist gut für uns Menschen, aber schlecht für die Gamma-Astronomie. Wir kriegen hier unten auf dem Erdboden nichts von der Gammastrahlung im Kosmos mit. Die Gamma-Astronomie, die hat daher auf die ersten Raketen warten müssen und eigentlich erst am 27. April 1961 begonnen. Da haben die USA den Satelliten Explorer 11 ins All geschickt. Der hatte ein Gerät an Bord, das speziell für die Messung von Gammastrahlung konstruiert worden ist und auch wunderbar funktioniert hat. Nicht ganz so gut funktioniert hat aber der Satellit selbst. Der konnte nicht korrekt ausgerichtet werden und hat sich auch in der falschen Umlaufbahn bewegt. Deswegen konnte man nur 141 Stunden lang beobachten, aber das hat gereicht, um ein kleines bisschen der kosmischen Gammastrahlung zu messen. Nicht viel, man hat nur weniger als 100 Gamma-Lichtteilchen registriert, aber die haben den Detektor aus allen möglichen Richtungen erreicht. Es hat also so ausgesehen, als gäbe es eine Art Gammastrahlungshintergrund im Universum. Und das ist durchaus plausibel, denn Gammastrahlung, die sollte auch dann entstehen, wenn die Teilchen der interstellaren Gaswolken, die man ja wirklich überall findet zwischen den Sternen, mit der Strahlung der Sterne reagieren. Die nächsten Fortschritte haben dann die Satelliten des Orbiting Solar Observatory Programms der NASA gemacht, die in den 1960er und 1970er Jahren gestartet worden sind. Mit denen hat man dann auch das erste Mal die Gammastrahlung der Sonne gemessen. Über die spannenden Beobachtungen der WELA-Satelliten habe ich ja schon in Folge 42 der Sternengeschichten berichtet. Diese Satelliten sollten Ende der 60er, Anfang der 1970er Jahre eigentlich überwachen, ob auf der Erde irgendwo unerlaubt Atombomben getestet werden. Stattdessen haben sie aber extrem starke Gammastrahlung entdeckt, die aus dem Universum gekommen ist. Das waren die Gamma-Blitze, gewaltige Explosionen von riesigen sterbenden Sternen, über die ich in Folge 43 mehr erzählt habe. Das erste richtige und große Gammateleskop im All war das Compton Gamma Ray Observatory, das am 5. April 1991 von der NASA mit dem Space Shuttle Atlantis ins All gebracht worden ist. Das erste Mal hat man jetzt den ganzen Himmel im Gammalicht beobachten können. Das Teleskop ist dann im Jahr 2000 gezielt im Pazifischen Ozean versenkt worden, weil zuvor eines der Gyroskope ausgefallen ist. Also eins der Dinger, mit dem man die Position des Teleskops regeln kann. Wenn dann noch ein weiteres ausgefallen wäre, dann hätte das Teleskop gar nicht mehr gesteuert werden können. Und wenn ihm dann am Ende des Lebens der Treibstoff ausgeht, wäre es irgendwo unkontrolliert über der Erde abgestürzt. Und wenn man das vermeiden wollte, hat man es eben schon vorher gezielt und kontrolliert in den Ozean stürzen lassen. Im Jahr 2008 ist dann aber schon der Nachfolger ins All geflogen, das Fermi Gamma Ray Space Telescope. Das hat zwei Instrumente an Bord gehabt. Eines, mit dem sich die Gamma-Blitze der sterbenden Sterne messen lassen. Und ein zweites, das die Beobachtung von schwächerer Gammastrahlung am gesamten Himmel ermöglicht. Das Fermi Gamma Teleskop hat einige sehr interessante Entdeckungen gemacht. Es hat die Überreste von Supernova-Explosionen im fernen All genauso gesehen, wie die Gammastrahlung, die bei starken Gewittern in der Atmosphäre der Erde frei wird. Und es hat eine völlig neue Struktur in der Milchstraße entdeckt. Die Galaxie, in der sich auch unsere Sonne ja befindet, die kann man sich wie eine große Scheibe vorstellen, die ungefähr 100.000 Lichtjahre groß ist. Über und unter dieser Ebene der Scheibe existieren zwei gewaltige Blasen, die vom Zentrum der Galaxie ausgehen. Die reichen bis zu 25.000 Lichtjahre über bzw. unter die Scheibe, sind also insgesamt halb so groß wie die ganze Milchstraße. Und genau aus diesen Regionen, da kommt Gammastrahlung. Das hat das Fermi Teleskop das erste Mal beobachtet, davor hat man von diesen Blasen nichts gewusst. Könnten wir Gammastrahlung mit unseren Augen sehen, dann würden diese Fermi-Blasen den halben Himmel einnehmen. Was sie verursacht, das ist allerdings noch nicht ganz klar. Vielleicht hat es was mit dem supermassereichen schwarzen Loch im Zentrum der Milchstraße zu tun. Wenn Materie aus einer Nähe in das Loch fällt, dann wird die Materie dabei zuvor stark beschleunigt und gibt Strahlung ab. Wenn diese Strahlung mit anderer Materie wechselwirkt, kann Gammastrahlung freigesetzt werden. Aber was dabei genau passiert und wie dabei solche gewaltigen Gammastrahlenblasen entstehen können, das ist noch ziemlich unklar. Wir sind ja erst seit ein paar Jahrzehnten mit guten großen Teleskopen erst seit ein paar Jahren dabei, den Himmel auch im Gammalicht zu beobachten. Da ist es nicht überraschend, dass es noch sehr viel gibt, das wir nicht verstehen. Mittlerweile schaffen wir es aber auch, die Gammastrahlung vom Erdboden aus zu beobachten. Nicht direkt natürlich, denn die Strahlung wird immer noch durch die Erdatmosphäre blockiert. Aber wenn Gammastrahlung auf die Lufthülle der Erde trifft, dann können die hochenergetischen Lichtteilchen mit den Molekülen der Luft reagieren. Dann laufen dort Kernreaktionen ab, bei denen neue Teilchen entstehen, die enorm schnell sind. Die können sogar schneller als das Licht selbst sein. Das ist nicht so außergewöhnlich, wie es klingt. Denn das Licht erreicht ja nur im Vakuum des Alls eine maximal mögliche Geschwindigkeit von 299.792,458 km pro Sekunde. Anderswo zum Beispiel in der Luft, da ist es ein kleines bisschen langsamer und kann dann von sehr schnellen Teilchen durchaus überholt werden. Und so wie es bei Überschreiten der Schallgeschwindigkeit einen Überschallknall gibt, gibt es hier dann einen vergleichbaren Überlichtgeschwindigkeitsblitz. Dieses helle Licht, das kann man sehen, natürlich nicht mit freiem Auge, aber mit speziellen Teleskopen und vom Erdboden aus. Auf den Kanarischen Inseln zum Beispiel, da stehen die beiden MAGIC-Teleskope. Die haben nichts mit Zauberei zu tun. MAGIC steht hier für Major Atmospheric Gamma Ray Imaging Cherenkov Telescope. Und diese Teleskope haben auch keine Spiegel aus Glas, sondern sind aus tausend einzelnen Aluminiumplatten zusammengesetzt, die insgesamt eine Fläche von fast 240 Quadratmetern haben. Auch in der Wüste von Namibia stehen solche erdgebundenen Gamma-Teleskope. Und Gamma-Astronomie ist heute ein wichtiger und unersetzlicher Teil der astronomischen Forschung. Immer dann, wenn im Universum irgendwas Dramatisches und Gewaltiges passiert, dann können wir es im Gamma-Licht besonders gut sehen. Explodierende Sterne zum Beispiel und die Überreste wie Neutronensterne oder schwarze Löcher, die rufen Gammastrahlung hervor. Oder gewaltige Gaswolken, die aufeinanderprallen. Zum Beispiel, wenn ein sterbender Stern Gasschichten ausstößt, die mit hoher Geschwindigkeit ins All schleudert, wo sie auf interstellare Wolken treffen. Und so weiter. Gammastrahlung ist überall und kann uns vielleicht auch dabei helfen, die noch offenen Fragen der Astronomie zu beantworten. Zum Beispiel die Sache mit der dunklen Materie. Wir wissen, dass es diese seltsame Art von Materie geben muss, wie ich in Folge 25 der Sternengeschichten ja schon ausführlich erklärt habe. Aber wir wissen nicht, worum es sich dabei handelt. Aber wenn es sich wirklich um noch unentdeckte Arten von Elementarteilchen handelt, wie die Theorien vorhersagen, dann sagen diese Theorien auch, dass diese Teilchen sich bei Kollisionen gegenseitig vernichten müssen, wobei Gammastrahlung entsteht. Dort, wo die dunkle Materie im Kosmos ist, da müsste dann also auch mehr Gammastrahlung erzeugt werden als anderswo. Ob das wirklich so ist, können wir momentan aber noch nicht genau sagen. Dazu müssen wir noch ein bisschen besser schauen, was ist im Gammalicht alles zu sehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank. Vielen Dank.